Jo, ich habe das Video gerade fertig geschnitten, möchte aber darauf hinweisen, ich weiß dieses Thema ist emotional und man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber lasst uns bitte wirklich sachlich diskutieren, mich würde es freuen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ah gut, dann ist Eintracht hier. Bevor es eigentliche Video startet, möchte ich noch erwähnen, dass ich unten den zwei Kanäle verlinkt, da werde ich mich auch nochmal die Tage zu diesem Thema äußern und bei einem Thema kommen die Medien, aber auch Fans, damit meine ich alle Fans, nicht nur Eintracht und auch die Gesellschaft nicht gut davon und ich möchte erwähnen, bei den Medien ist nicht der Journalist gemeint. Auf den werde ich gleich noch explizit eingehen. Ihr habt es schon am Titel gemerkt, gelesen, ihr habt es in den Medien schon mitbekommen. Martin Hinteregger wird mit 29 Jahren oder hat mit 29 Jahren seine Karriere beendet und das sind sicherlich keine Parallelen wie in Augsburg, darauf werde ich wie gesagt nochmal separat eingehen. Hier ist nur Eintracht Thema gefragt, so meine emotionale Wahrnehmung. Faktisch sind andere Kanäle dafür zuständig. So, genügend Werbung. Mich hat es echt geschockt, als ich das gelesen habe, dass er seine Karriere beendet. Es ist schon ein riesengroßer, krasser Schritt, aber es hat auch seine Gründe. Jeder, der sein Buch gelesen hat, weiß, dass er psychisch etwas labil ist. Das hat er auch so im Buch erwähnt. Und das ist das Problem. Wie viel Druck jetzt aktuell auf ihn wächst, wie viele Nachrichten er bekommen hat, Hassnachrichten und wie viel medialer Druck wirklich kam. Und wir reden wohlmerkt immer davon, ja, wir müssen den Druck rausnehmen, die Spieler sind viel zu viel unter Druck, etc. Depression und psychische Krankheiten und da müssen wir vorsichtig sein, aber die Medien scheißen leider Gottes da drauf. Und ich meine damit, was nach dem Bericht passiert ist, wie erwähnt, ich möchte null den Journalisten irgendwie eine Schuld zuweisen. Sind wir ehrlich, Michael Bonvalo, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausversprochen. Sorry, ich nenne ihn ab sofort nur noch Michi. Okay, ich hoffe, das ist für dich in Ordnung, sonst komme ich null drauf klar. Komm, ich nenne mich Michael. Michael. Die Frage ist natürlich, hat er was falsch gemacht oder muss er anders handeln? Nein. Vollkommen nein. Natürlich ist das, was resultierte, daraus resultierte. Völlige Scheiße. Ist aber auch klar gewesen, dass er dadurch auch natürlich gewisse Hassnachrichten von manchen Fans bekommen wird. Und sicherlich nicht nur von Fans, sondern vielleicht auch aus Österreich oder von gewissen anderen Fraktionen. Leider Gottes ist das so. Aber als Journalist, wenn man irgendwie kritische Berichte schreibt, ist es immer so, dass irgendeine Seite dich hasst, eine andere Seite liebt dich dafür. Es wird immer so sein und damit muss man klar kommen. So ist halt leider auch das Leben. Fakt ist aber, dass seine Reaktion auf das Karriereende von Martin Hinteregger ein bisschen, wie soll ich sagen, und das ist nicht böse gemeint, bis sie dann doch hochnäsig oder arrogant rüberkamen. Ich glaube, zwei Dinge. Erstens, es sind nicht die Journalisten dran schuld, die das aufdecken, sondern jene, die für die Handlungen verantwortlich sind. Ja, in gewisser Weise schon, aber manchmal machen die es vielleicht auch unbewusst und so. Trotzdem muss man natürlich Konsequenzen ziehen, aber es kommt in gewisser Weise ja doch komisch rüber, wie er das geschrieben hat. Sein zweiter Punkt war dann, glauben die Typen, also es sind immer nur Typen, scheinbar, ernsthaft, dass der ganze Heldscheiß ihm was ausmacht. Ja, ihn vielleicht nicht, aber bei Hinteregger macht es das aus. Und für Menschen, die wirklich vielleicht psychisch labier sind, kann es bitter was bedeuten. Und im Endeffekt hat es jetzt für Martin Hinteregger das Karriereende bedeutet. Aber es ist nicht die Schuld von Michael, was daraus resultierte. Er hat nur einen kritischen Bericht geschrieben. Und was daraus resultierte, dass die Cancel Culture teilweise draufgegangen ist, draufgehämmert hat. Ja, Michael hat niemals gesagt, ja, hatet ihn, gibt einen Shitstorm gegen ihn. Er hat nur etwas aufgedeckt. Und es ist halt so. Und selbst wenn der Hinteregger schon länger mit ihm zusammengearbeitet hat, mit dem aus Österreich, jetzt war der Hintikap, und wenn das dann erst mal aufgefallen ist, dann ist es halt so. Viele Dinge fallen vielleicht nach Monaten oder Jahren auch erst auf. Ist in Ordnung. Er hat ganz normal recherchiert, hat einiges rausgefunden, hat dann die Eintracht angeschrieben, auch Hinteregger, die Eintracht angeschrieben, und nach einer Stellungnahme gebeten. Scheinbar ist das dann auch nicht passiert, ne? Doch, nö. Und erst als es durch die Decke ging, dann hat man darauf reagiert. Und da muss man nicht den Journalist eben kritisieren, sondern er unsere Pressemitteilung, die das nicht ernst genug genommen hat. Das ist nämlich der Punkt. Und wir kritisieren jetzt Michael. Wieso? Er hat komplett gehandelt. Es gibt andere, die reißen einen Artikel nach dem anderen raus, aus dem Kontext, teilweise ohne Fakten. Einfach, oh, ich habe, mein Schwager hat das gesagt, der hat das vom Friseur gehört, und schreiben das dann. Er hat das komplett, wirklich, auch faktisch belegt. Und wenn es danach geht, keine kritischen Berichte mehr schreiben darf, weil etwas passieren kann, oder solche Konsequenzen entstehen, dann darf man gar nichts mehr Kritisches schreiben. Dann machen wir ab sofort nur noch positive Nachrichten, keine Kritik mehr, es wird nichts mehr aufgedeckt, sondern einfach nur positive Nachrichten. Ich weiß nicht, ob Michael wirklich das Ziel war. Man könnte jetzt meinen, es war sein Ziel, so wie er das geschrieben hat. Sein Tweet war wirklich doof darauf, weil so kommt es wirklich, vielleicht doch wirklich rüber, als ich mir das nochmal durchgelesen habe, dass es vielleicht doch rüberkam, ja, dass er ein bisschen stolz drauf ist. Ich glaube nicht, es kommt leider so gut das rüber, aber im Endeffekt muss man sagen, er hat seine Arbeit korrekt gemacht, gewissenhaft, und es ist halt die Aufgabe eines Journalisten, dass er diese Aufgabe übernimmt und solche Sachen auch aufdeckt. wie gesagt, da bin ich nicht böse, wie er seine Arbeit gemacht hat, natürlich bin ich irgendwie, ja, sauer enttäuscht, oder whatever, was daraus entstanden ist, oder die Konsequenz daraus. Im Endeffekt muss man aber sagen, um jetzt was Positives zu hinterher noch zu erwähnen, der ja teilweise sich auch, wie sie, ja, doof verhalten hat mit manchen Aussagen, Interviews, leider Gottes reagiert hat auf den Verein, das war einfach dämlich, aber das war halt, wie gesagt, die Konsequenz daraus, weil er nicht darauf klarkam, psychisch ein bisschen labil, was soll ich machen, überfordert mit der Situation, Panik verfallen, und sich komplett abgekapselt, so ungefähr. Das ist halt die Konsequenz. Und es ist mir lieber, wenn er jetzt das Karriereende hat, als dass dann sowas passiert, wie mit Robert Enke. Ja, Robert Enke ist mit dem Druck nicht klargekommen. Und, und das werde ich im anderen Video erwähnen, was am, ja, diese Woche noch erscheinen wird, morgen vielleicht, am Wochenende, ich weiß es nicht, weil da haben die Medien bewiesen, wie für eine Doppelmoral sie haben, wie ihnen Menschlichkeit egal ist, denn es gab ja den Gedenkentag. Und ihr wisst, was da passiert ist. Die haben alle Werte innerhalb von zwei Stunden über Bord geschmissen. Alle Medien teilweise. Holy shit. Hinterecker danke ich natürlich für die geile Zeit. Er hat sein Wort gehalten, und zwar zweimal. Nach Chelsea hat er gesagt, er möchte ja noch was in Frankfurt beenden. Er hat es beendet, auch wenn er im Finale nicht teilgenommen hat. Er hat es beendet. Wir haben den Titel geholt. Wer denkt sich sowas aus, ne? Und da muss man erwähnen, er hat gesagt, er möchte seine Karriere in Frankfurt beenden. Hat er auch sein Wort gehalten, aber wirklich, stand jetzt, ob er wirklich seine Karriere beendet. Und wie gesagt, es ist keine vergleichbare Parallelen zu Augsburg 0,0. Um das Schlusswort nochmal zu geben an Michael, beziehungsweise nein, Hindi wird das Schlusswort bekommen. Ich möchte nochmal als Abschluss explizit erwähnen, dass Michael Bonvalo wirklich nichts falsch gemacht hat. Ich sag's dir, viele Frankfurt-Fans hätten anders reagiert, wenn er über irgendeinen Leipziger, Dortmunder oder whatever berichtet hätte. Das ist Takt leider Gottes. Und andere Fans reagieren jetzt auch vielleicht anders, als wenn sie betroffener, betroffener Verein gewesen wäre. Hab ich jetzt zweimal betroffener gesagt? Egal. Er hat nach den Werten des Journalismus gehandelt. Er hat uns versucht, wie erwähnt, Zeit zu geben für eine Stellungnahme. Das wurde nicht wahrgenommen. Er hat wirklich seine Arbeit perfekt gemacht. Die Konsequenz daraus, wie gesagt, hat man gesehen. Aber man hätte das alles verhindern können, indem man früher auf ihn eingegangen wäre und ihn ernst genommen hätte. Das ist der Punkt. Das hätte gar nicht so laufen müssen, wie es gelaufen ist. Im Endeffekt ist es jetzt so gelaufen. Man kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich wünsche auf jeden Fall Hinteregger, alles Geiles Gute, dass das mit dem psychischen Netz immer so schlimm wird. Es kann und ist einmal gefährlich. Und von daher wünsche ich ihm wirklich alles, alles Gute. Ich bedanke mich, wie gesagt, für alles, dass sich immer in jeden Zweikampf reingeschmissen hat, auch wenn es schmerzhaft gewesen ist. dass er wie gesagt seine Worte gehalten hat und alles drum und dran. Danke für deine Arbeit. Hinti Army trotzdem forever und ich sage hier Arrivederci. Wie gesagt, beide Kanäle sind unten verlinkt, wo noch Videos diesbezüglich kommen. Schaut also immer mal wieder im Laufe der Woche rein. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao.